Warum besorgen wir dem Fisser einen Motor und der fährt uns nicht mal hin, um das alle abzuholen? Wegen dem großen Piratenschiff da vielleicht? Wir sind nur noch schaschlig, wenn das Scheißding auf uns schießt. Und persönlich würde ich gern meinen Hintern retten. So knackig, wie der ist... Schnauze, Lennart! Oi, können wir? Habt keinen Bock zu warten, während ihr euch an den Eiern rumspielt, also lasst uns jetzt den verfickten Motor von diesen Scheißpennern klauen und von der beschissenen Insel verschwinden! Ja, fuck! Und? Ja, wir gehen und ich bin sogar oberkörperfrei hier, der Mikael, sein Hotshot-Outfit. Und ich hab die Wutperücke auf, tatsächlich. Ja, weil der Rumpel ist abgeschmiert. Ich möchte dazu nur eins sagen. Warte. Ich finde diese Fäkalien-Sprache dermaßen widerlich, dass ich es vorzöge, wenn sie schwiegen, Mr. So, das wollte ich schon immer mal loswerden. Alter, wenn ich jetzt auf Bewaffnung gehe, wähle Bewaffnung, dann hab ich plötzlich ganz andere Sachen. Da hab ich hier vier Klassen zur Auswahl. Saboteur, Jäger, Hetze und Schütze. Aber bald ist Weihnachten und deswegen hast du da mehr. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Jetzt leuchtet ganz klar ein. Okay, jetzt mach mal weiter, Sergeant Manny. Aber ich raff's nicht. Wieso könnt ihr mir das nicht erklären? Ach, Sergeant. Haben wir doch gerade erklärt, ganz ausführlich. Wenn du das nicht verstehst. Oh. Wegen Weihnachten oder was? Ja, ja, Weihnachten ist die Antwort. Geil. Wenn ihr in der Insel wollt, besorgt euch einen anderen Motor vom Schrottplatz der Piraten. Leider haben sie ein bewaffnetes Schiff in der Nähe. Daher kann ich da nicht selbst hin. Die schießen mir sonst meine Frisur runter. Wenn ihr das ausschaltet, sagt mir Bescheid und ich sammle euch auf. Die Zeit ist knapp. Ja, die Zeit ist knapp, sagt Sergeant Manny. Die Zeit ist knapp. Ja, so knapp ist die Zeit. So knapp wie das Höschen von der heißen Sahneschnitte. Was für ein riesen Ding. Jetzt was hieß es. Ich jacke alles in die Luft. Für eine komische Waffe habe ich jetzt wieder. Irgendwas anderes. Ich habe meine AK auch gar nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ich sage ja, das ist irgendwie ein ganz anderes Menü gewesen. Ich habe bei meinem Setting eingewählt, was ich eben hatte. Also bei mir ist alles so gut. Oh, Alter, ich werde hier schon wieder unter... Alter, das gibt es doch nicht. Ach, der war genau hinter mir. Der Drecksack oder der Schrotknarre. Hinter dir. Der gleiche Typ hat dich auch gerade. Oh Mann, wir sind so blöd. Der Rumpel wird es schon richten. Der ist gar auf Gesundheit nicht gut dabei. So gut wie tot, aber er rettet. Ach hey, cool. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Ballert weg. Ich muss gerade heilen. Ja, ja, ich habe ihn mal versorgt gerade. Ich liege, ich liege, ich liege auch. Ich muss das jetzt irgendwie ein- und wiederholen. Okay, ich hole den Rumpel zurück. Okay, ich versuche den mal... Komm zurück, mein Friend. Thank you very much. Wow. Das war ich gerade. Kopfschuss. Kopfschuss. Naja, das Problem war an der letzten Folge ja eigentlich, dass plötzlich diese ganze Kampagne wieder mit dem ersten Level gestartet ist. Bam. Fuck, sagste? Fuck. Das Problem war also fuck. Ja, nee, ich hatte gerade ein Problem hier mit dem Typen, der weg vor mir stand. Kennst du Fuckrei 3? Fuckrei 3? Nee. Klar kenne ich das noch. F-A-K-K, ne? Das, äh... Genau. Ey, kennt ihr Fuck... Kennt ihr Fuck... Fuck den Film? Alter, ich komme da nicht... Alter, was ist denn das hier? Mann, ey. Wo seid ihr? Wir versuchen gerade ins Haus zu kommen. Weit hinter dir. Wie immer. Jetzt noch einer hinter. Ah, der ist tot. So, kommt her. Zeigt mir eure Füße. Oh, da ist... Hä? Da taucht auf einmal einer vor mir auf. Nicht nur einer. Der war aber hinter der Palisade. Vorsicht, da kommt einer mit einer Shotgun auf euch zugelaufen. Hä? Ja. Hä? Der mit der Shotgun war das. Alter. Ja, aber den habe ich gerade gemessert und konnte gar nicht. Uh, mir geht schlecht. Das ist manchmal ganz merkwürdig hier. Ja, das ist manchmal echt merkwürdig. Und ich bin schon wieder tot. Gut, Luftkill, Machete-Neuling und schon wieder down. Ey, das gibt's gar nicht. Wie oft ich gerade heute abkacke hier. So, aber der Retter ist ja da. Der Retter naht immer. Genau. Was will ich nur ohne Rumpi machen. Alter. Boah, Nahkampf-Kills vielleicht. Mann, Mann, Mann. Gibt's jetzt endlich wieder Ruhe hier? Ne, das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Hier ist nicht... Fettsack, da kommt ein Fettsack. Heiß Schrottplatz, ey. Da könnt ihr übrigens mal draufzielen und V drücken. Dann ist der gesichtet. Für die anderen auch sichtbar. Seht ihr das? Dieses Auge? Sehr geil. Hab ich nämlich gerade gelesen. Ein bisschen check ich nämlich dieses Spiel auch. Ne. Ja, doch ein bisschen. Du lügerst. Ich hol mir mal ganz kurz neue Muni. Ich hol mal eine Granate und werf die mal. Genau, genau, genau. War die nicht hier? Ach, da. Ja, wieder hochge... Geil. Doppelte Granatentower war das. So, ich brauch unbedingt Muni. Ja, hier. Hier liegt Muni. Ah, thank you very much. Immer gern, immer gern. For your information und so. That is the greatest thing I can do for you. Ja, äh, my, my dear friend. I was like, äh, oh fuck. And then you came and told me, wer der Muni ist. Yes, but that is no problem. Because you see, we are all friends here in this fucking shit. Ja, äh, it's a really hard game, you know. Hier müssen wir, hier können wir den Motor klauen. So, ich hab übrigens ne neue Knarre. Darf ich euch die mal demonstrieren? Ja. Ich möchte euch die mal zeigen. Aber nur, wenn ihr die Hose zulässt. Checkpoint. Die Knarre ist bestimmt gleich wieder weg. Mach die Waffen klar und seid auf alles gefangen. Ach, geil. Cool. Coole Mission. Hammer. Das hat, das hat ja Dead Island nicht hingekriegt, dass wir auf der Mission, äh, auf dem Schiff auch kämpfen konnten. Hm. Da bin ich immer höchst gespannt jetzt. Und der Rumpi sitzt da ganz gemütlich. Ja, ich bin halt so ein ziemlich cooler Fußballfan, ne? Genau, bist du ja ein kranker Fußballfan vor allem. Hä? Äh, 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 wat, Alter? Und ich hab die Mega-Knarre hier bereits zum Wettkampf. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Ich Countdown. Holy shit, it's getting. Ach so. Ey, ich hab ne MG, ne richtig fette. Ja, ich auch. Hä? Jetzt sollen wir mal wer erklären. Ach, das ist jetzt wieder ein Wettstreit, oder was? Genau. Alter, Gronkh hat schon acht. Yes, because I'm awesome, bitch. Ich schieß dem Sarrazat eigentlich direkt in den Kopf. Oh, das macht ihm nichts. Das ist witzig. Boah, der Sarrazat hat schon... Boah, wie lange brauchen die Waffe nachzuladen? Das ist ja ein Witz. Zwei Jahre. Aber echt. Alter. Alter, ich kann nicht punkten, weil der hier nachlädt gemütlich. Trink doch einen Tee dabei. Aber es ist fünf Jahre. Lululululul. Meine Fresse, ey. Sie ist ja wie bei Assassin's Creed da. 1700 irgendwas, die. Ist egal, auch mit Munition treffe ich hier nix. Oh, ich lade nochmal nach. Ja, ich auch. Habe mal Zeit. Zwei Stunden später. Kann ich nicht die Waffe wechseln? Man sieht echt, dass ich mit diesem Spiel hier nicht so ganz klar komme. Aber das liegt tatsächlich auch so ein bisschen an meinem Rechner. Eigentlich nicht so einen guten Rechner wie ihr. Der hat fünf Punkte, der Manni. Und will mir was vom Rechner erzählen. Ihr reichen YouTube-Millionäre. Alter, dieses Nachladen. Da krieg ich ja Sackfäule. Aber echt. Zornrosette kriegst du da. Ja, natürlich. Sackfäule ist aber auch nicht schlecht, finde ich. Ich finde Zornrosette besser als Sackfäule. Ist angenehmer insgesamt. Ja, das stimmt aber. Auch die Langzeitwirkung auch. Zornrosette brennt einmal kurz, dann ist es weg, weißt du. Ja, wo sind die? Kopfschluss, fünf Punkte. Yeah. Ich weiß gar nicht. Boah, das Saraz ist in Führung. Das sehe ich nicht. Aber ich finde ja auch keinen Feind. Und wenn, dann bin ich am Nachladen. Juhu. Die, 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 die. Ich glaube, das war es jetzt auch wieder mit dem Wettkampf. Wir gehen jetzt aus dem Lager wieder raus, ne? Alter, ich muss ja noch erwischt hinterm Busch. Das Saraz ist auch gerade. Drecksack, lass das. Scheiße. Ah ja, komm, dann geht es noch weiter. Wir gucken noch mehr. Dann kommt hier die Party goes on. Was? Alter, es geht noch weiter. Nee, ich glaube nicht. Das war es. Hörst du, das Wasser sieht hier nicht gerade schön aus? Doch, hier geht es weiter. Ja, wie das war es? Alter, Sarazar, geh mir aus der Flinte. Halt deine Fratzke, ey. Und ich kriege immer nur Assist, weil der Sarazar sich vordrängelt, weißt du? Ey, Gron, geh mir aus der Flinte. Geh den Scheiß, ey. Geh den Scheiß, geh ich dir. Mit diesem billigen Assist-Punkt. Oh, nachladen. Oh Gott, nachladen. Alter, wieso treffe ich die denn? Ich weiß nicht, warum sterben? Wo sind die alle? Wo sind die denn alle? Nein, nicht nachladen. Wirf eine Granate. Du Drecksack. Alter, der lehnt dir die ganze Zeit nach. Die hängen wie Hühnchen auf der Stange und ich kann nichts machen. Ging mir aus so. So ist das. Nimm doch die verfickte Granate. Das ist doch kein Spaß, Alter. Wir sind im Busch. Nimm doch die Pistole, bitte, Alter. Ja, aber echt mal. Ich hätte mit der anderen MG, die wir hatten, zehnmal mehr Kills gemacht. Ja. Alter, ich hätte hundertmal, hunderttausendmal mehr Kills gemacht. Mit einer Wasserpistole. Ihr seid alle Shooter-Kings. Freut euch doch. Alter, ich hätte ihn so weggerulort hier. Komm, ich lad nochmal schnell. Damit hier zehn Feinde rauskommen in der Zeit. Verdammt. Mir soll nochmal einer sagen, ich wäre schlecht, ey. Ey, zum Glück ist der Rumpel der Versage des Tages. Aber dafür rette ich euch ja die ganze Zeit, weißt du? Ja, siehste. Er hopfert sich dafür auf. Ja, gut, das stimmt. Wir drücken mal ein Auge zu, sonst ist er wieder traurig, weißt du? Das stimmt. Vor allem rette ich euch dann einfach nicht mehr. So sieht's aus. Ja, dann rette ich euch auch nicht mehr. Ne, finde ich nicht gut. Der ist voll das Kindergartenkind, ey. Aber echt. Ihr habt alle einen kleinen Penis. Ja, darf man abgesehen. Level 14. Aber für Kopfschuss reicht's noch. Aber nur aus... Nur, nur. Shit, wieder nicht gehört, was sie gesagt haben. Ein Schnaiper. Scheißegal. Ein Schnaiper hat er gesagt. So, oh, 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 oh. Flammenwe... Alter, was ist denn hier los? Alter, Alter. Da ist ein Dicker, da ist ein Dicker. Nicht nur einer. Rückzug. Ganz kurz, strategischer Rückzug. Aber da kommt einer gerade um die Ecke mit so Flammenweer. Was heißt strategischer Rückzug? Ich bin hier voll im Kampf, Mann. Ja, ach so. Boah, Alter. Hab ich doch gesagt, du Penner. Granate. Da kommen zwei, Alter. Du bist viel weiter... Hab ich doch gesagt. Du bist viel weiter vorne, als wir übrigens kommen. Ja, weil ich euch nicht im Stich lassen wollte. Ja, natürlich. Und ich sag doch strategisch, da sind drei übrigens, nicht nur zwei. Einer ist down. Nächster, bitte. Der denkt nur nach. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Aua, aha, aha, aha. Brenner auch. Brenner auch. Nein, down, down. Kein Wunder, wenn man so oberkörperfrei hier rumläuft. So, der zweite ist, glaube ich, auch down. Oh, der Manni ist auch down. Du musst es wiederbeleben, Bronco. Vorsicht, aber das ist jetzt nicht auch... Ah, jetzt brenne ich auch. Jetzt brenne ich auch, aber ich laufe schnell weg. Hilfe, lass mich nicht liegen. Lass mich nicht liegen. Lass mich nicht liegen. Boah, ich muss kurz. Sorry, Alter. Wir kommen jetzt. Wir müssen erst mal den Typen hier blätten. Ja, er ist down, er ist down, er ist down, er ist down. Einer ist noch da, aber der hängt irgendwie hinter der Bühne. Alter, da ist ja noch einer. Ja, ich sag ja, da ist der dritte. Oh, nein, 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 nein. Oh, schon wieder down. Scheiße, was ist das denn? Manni, ich stehe neben dir. Beziehungsweise liege neben dir. Scheiße. Von stehen kann leider nicht wieder sein. Ah, der Gronkh ist auch down. Ich bin extra rumgelaufen. Ich wollte auf den Tank schießen. Ah, der brennt mich schon wieder an. Warte mal, ich probier's. Danke dir, danke dir. Jetzt liege ich auch. Ich liege auch. Ja, ich hab den Tank, ich hab den Tank erwischt. Und ich brenne auch, aber ich hol den Rumpel mal zurück. Oh, vor mir. Jetzt brenne ich auch wieder. Alter. Ich brenne auch noch. Hä? Boah, das ist echt heftig. Alter, was soll das denn? Von wo brenne ich denn jetzt? Ich habe aber zwei Granaten wiederbekommen aus irgendeinem Grund. Aber wie kann ich denn jetzt gebrannt haben? Wenn der down war. Ich bin down gerade. Ja, ja, der müsste aber jetzt... Oh, der müsste ja nochmal drauf gehen jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Einmal noch anschießen. Nein, 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 nein. Oh, Manni, Manni ist down. Ich liege, ich liege, ich liege. Du brennst auch noch. Okay, äh. Oh Gott, nein, nein, schnell. Tron, komm zurück, bevor ich sterbe. Ja, 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 oh Gott. Boah, wie krank. Alter Schwede, ey. Boah, Alter. Oh Mann, oh Mann. So. Oh Mann, oh Mann. Das war ja eine lustige Runde. Total lustig. Ich finde, die sollten wir öfter machen. Ich auch. Oh, da kommt wieder. Da ist eine mit Mollis. Eine Cocktail-Schwuchtel wurde die gerade genannt. Cocktail-Schwuchtel. Geil. Von Justus Jonas. Oh. Psch, psch. Und wenn er rum ist, dann gehen wir da hoch und nehmen die Seilrutsche zu den Klippen da drüben. Okay, Peter. Nein, 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 nein. Machen wir mal, Leute. Kommt mit mir. Oh Gott. Ey, erst mal. Muni, Muni, Muni. Hier gibt's Muni. Hier gibt's Muni, ne? Nur mal so. Oh. Der Generator läuft an. Ihr solltet mir vielleicht auf das Schiff klettern, oder? Ja, hier geht's nach oben. Ah, ich nehme mir nochmal ein bisschen mit gerade. Ach, ach, ach. Guck mal. Echt? Vorsicht, 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 da kriegst du richtig viel Gesellschaft. Oh, Alter. Die werfen, ach du Scheiße, und ich fall runter. Ey, wo gibt's denn hier Raketenwerfer-Munition? Ja, würde ich auch gerne mal wissen. Ähm, wahrscheinlich bei der ganz normalen Munition. Fuck you. Oh, nein! Der Bastard. Hinter euch, hinter euch. Was? Ich liege wieder mal. Oh, okay. Ich wollte euch gerade retten mit dem Nahkampfattacke, weil ich nachladen musste, und dann wurde ich erschossen heimtückisch. Oh Mann, bin ich schlecht gerade wieder. Du musst husten. Nee, keine Sorge, nicht so schlecht wie ich, insofern. So, ich hab ja gerade mal ein bisschen das MG besetzt. Das wollte ich ja eigentlich nehmen. Ja, sorry. Irgendwer lacht hier gerade so wahnsinnig. Also du lachst nicht, also du musst das anders sagen. Wir greifen die Maschine an, wir müssen unten die Maschine an. Oh Mann. Ich halte euch den Rücken frei von oben. Alter, ihr sind lauter Piraten. Komm runter, Mann, komm runter. Ich komm mal runter, Piraten. Oh, ich bin down, ich bin down. Ich raff das immer zu spät, dass ich Q drücken muss. Ja, und dass ich brenne vor allem. Das raff ich auch immer zu spät. Das geht so schnell. Burn, burn, burn. Ach, das ist ja gar nicht der Sarazin. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ach, ich hab ja gar keine Granaten, fällt mir gerade auf. Ich auch nicht. So, ich reparier mal. Ja, 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 wir geben dir Feuerschutz. Und ist repariert. Okay, ich geh nochmal ganz kurz an die Mg, da kommt nämlich nur hier. Hinten, neben dir, neben dir, neben dir. Boah, alter Bastard. Das klingt gerade nochmal gut, ey. Ja, aber richtig krass. So, ich hab keine Muni mehr. Wo war die Muni? Ich hab noch ein bisschen im Beto, ich muss nachladen. Wo war die Muni? Alter, ich kann die nicht wegkriegen da. Scheiße, ich werd die ganze Zeit weggeschossen. Doppelkill. Und dann nehm ich mir jetzt einfach... Hier ist die Muni. Egal, ich nehm mir jetzt einfach hier die Muni. Vorsicht, 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 Vorsicht. Runter, weg ist er. Kopfschuss. Ich brauche Munition, das führt alles zu nichts, wenn wir keine Muni haben. Ich geh mit dir mit. Vorsicht. Hier, ich bin Nahkampfkill schon am umbälzen. Ne, Muni schnappen, Muni schnappen. Schnappt euch Munition. Wo ist denn die? Muni, da, genau, da. Hol sie dir. Mein bester. Und jetzt schnell du. Alter, was war das denn jetzt? Der hat dich abgestochen, Mann. Der hat dich abgestochen, der hat dich abgestochen. Der Schwein! Dieser Schwein! Bring dich um! Ey, wir sollten es gleich mal mit Reden versuchen. Was meint ihr, Jungs? Ey, jetzt hab ich aus Versehen die AK aufgehoben. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ist doch super, die AK. Ah, die ist voll bedenart. Ich wollte eigentlich die Shotgun aufnehmen. Wo ist meine alte Waffe? Hier. Alter, der lebt nur nach, der Pisser. Was mach ich heute mal? Ach, heute lad ich mal nach. Ey, das war's. Ach, wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben, Jungs. Boah, voll das Leichenbad hier, ey. So, ich nehm mal die AK jetzt. Nach oben, sagst du, ja? Ja. War das mit Vogelparkweizrode, oder wie der hieß? Ey, hier kann man auch hochklettern einfach. Übrigens, hier kann man auch einfach hochklettern, ne? Ja, mach ich gerade. Ah, ich schau mir das aber nochmal an hier, alles. Vogelparkweizrode! Oh, kein Dank! Ja, so was. Ey, von hier aus, ne, können wir uns rüberwerfen, rüberschwingen. Und hier sollen wir auch hin und uns rüberschwingen. Das war das mit dem Kran, die Action. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Oh, aua! Äh, wo seid ihr da hochgeklettert? Ach, da. Hier. An den Kisten einfach hoch. Das ist ja du. Und wie, äh, wo ist das jetzt? Wo kann ich da jetzt? Äh, das weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber wir müssen da lang. Ach, du bist runtergesprungen, oder was? Ne, das ist ja nicht. Wir müssen uns hier irgendwie an dieser Seilwindel. Ne, ich glaube, da müssen wir nur hingehen einfach. Nein, im Singleplayer musst du dran springen. Wer ballert denn hier eigentlich die ganze Zeit? Ich bin wieder runtergefallen. Sag mal, ganz kurze Frage, wer ballert hier die ganze Zeit? Ich hab, ich, ne, ich hab, äh, Probleme, weil ich vorhin Bohnensuppe gegessen hab. Oh, Mann. So, wie immer. Wie, wie, wie machen wir das jetzt hier? Können wir da irgendwie E drücken? Ich bin dran. Wie bist du jetzt da dran? Ihr müsst da dran, einfach dran springen. Ah ja, okay, dran springen, okay. Ach so geht das. So, ich, äh, steh und der LeGronkh. Ja, da kommt er. Gegenmann. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's da weiter mit Let's Play Far Cry 3 im kooperativen Spielmodus. Und das wird wieder actionhaltig. Bis dahin, Freunde. Jippie, jay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.